Hey Leute, wie versprochen haben wir euch etwas mitgebracht. Und zwar die 13 geilsten Songs aus 10 Jahren Hellgreaser auf 180 Gramm Vinyl geballert. Geil, plus CD natürlich. Diese Vinyl wird es in drei Farben geben. Einmal Grün-Schwarz, Rot-Silber und die Special Edition Gelb-Schwarz. In dieser Special Edition wird folgendes dabei sein. Dieses wunderschöne Tape mit demselben Songs nur in Akustik. Das Ganze wird erscheinen am 4. Juni und vorbestellen könnt ihr das Ganze am 30. April. Leute, lohnt sich. dranbleiben. Go Hellgreaser, go!